Mit Ivo Sasek sage ich Ihnen, stehen Sie jetzt auf. Sie sind dran. Sie müssen das verhindern. Niemand anders kann das. Ich muss und will mich jetzt zurückziehen. Ich habe nämlich alles gesagt und getan, was in meinen Möglichkeiten lag. Und wenn ein Wissenschaftler alles gesagt und getan hat, soll er aufhören. Deswegen verabschiede ich mich von Ihnen mit vielen lieben Dank und leben Sie wohl. Ich wünsche Ihnen allen, alles erdenklich gut. Wir gönnen dir diese Ruhe, lieber Sukharit. Und wir beten für dich, dass du Ruhe finden darfst, dass man dich in Ruhe lässt. Du hast, wie du gesagt hast, alles uns vermittelt, was zu vermitteln war. Wir haben verstanden, dass hier das größte Verbrechen aller Zeiten geschehen ist. Und am Geschehen ist immer noch veranlasst durch die obersten Schichten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020